Was geht ab, Leute? Wir machen uns gerade auf dem Weg zur Olympia-Expo. Heute gucken wir uns mal den ESN-Stand an und heute steht auch schon der erste Teil der Veranstaltung an, ne? Der Olympia-Expo. Genau. Morgen ist ja die bekannteste Show, würde ich sagen, also Classic Physik und Bodybuilding und Bikini, das sind so die bekanntesten und beliebtesten Klassen wahrscheinlich auch, oder? Das ist mein OOTD. Hier im ESN-Dress. Richtig wild, zeig mal von hinten deinen Top. Das haben wir jetzt selbst designt, also das Design ist von ESN, aber wir haben es gecuttet und deswegen ist es jetzt ein Tanktop. Sieht richtig cool auf. Das hier ist unser Hotel. Schauen wir mal, was wird am Stand. Schauen wir mal, wie der Stand so aussieht. Bis gleich. Wir sind jetzt hier auf der Expo. Schon so ein bisschen Fibo-Feeling, aber alles so ein bisschen mehr amerikanisch angehaucht. Und jetzt suchen wir mal den ESN-Stand. Der Vibe ist geil, oder? Der Vibe ist geil. Hey! Tobi filmt hier jetzt noch mit dem ESN-Team einen kleinen, ich weiß, ehrlich gesagt, gar nichts zu machen. Ich glaube, sie filmen irgendwie einen Werbefilm oder sowas. Dieser, genau. Und das ist der Tobi und das ist der Basti. Das ist der Tobi. Das ist der Tobi. Erstmal ein Isoclir-Sit-Tobi. So, das ist dein Tobi. Das ist der Tobi. Weißt du nämlich, warum ich Iso-Clear-Proben brauche? Weil du meine die ganze Zeit wegschnappulierst. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich Iso-Clear brauche. Ja, natürlich. Ich dachte, ich komme mit dem Expresso durch. Oh, okay, ich sehe da Teilchen. Morgen findet der Wettkampf statt. Ja, mich hat es total verwundert, dass der Wettkampf wirklich direkt auf der Expo stattfindet. Aber wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir fahren gerade mal wieder einkaufen hier und wir sind wirklich so schockiert, wie teuer Obst und Gemüse. Was ist dieser Apfel da? Der hat 1,69 Euro gekostet. Bananen, 4 Stück, 4 Euro. Aber Pringles, buy one, get one free. Also eine Packung war so teuer wie dein Apfel. Diese Packung Obst hat, rate mal, 8 Dollar gekostet. Eigentlich sollte man sich darüber wirklich nicht lustig machen, weil das ist echt, also... Verrückt. Ja, wir machen den Menschen krank, Alter. Gönnen wir jetzt hier den 1,69 Euro Apfel. Da ist noch das Schild dran, aber ist das mit, weil das war teuer. Jetzt gehen wir einen Gym unsicher machen. Bro, could you get us this car? Da ist der Brie mit unserem Auto. Zur Feier des Tages. Wir stehen hier jetzt gerade vom True Lit... Nee. Iron Religion Gym. Da sind die schweren Buddybilder. Und da, wo die schweren Buddybilder sind, da sind mir auch. Der neue Grizzly Punch. Wird jetzt natürlich sowas von getestet. Wollen wir den hier mal am Prüfstand, wa? Prüfstand TÜV. Was trainierst du eigentlich? Glaube ich ganz körper. Ich mache heute eine lockere Push-Einheit. Ja. 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 Und das ist nicht so süß. Das ist auch, glaube ich, sehr beliebt gewesen. Schmeckt locker auch richtig geil, wenn man das warm macht in der Mikrowelle. Wir haben noch ein Post-Workout gesichert. Bei Subway. Und zwei Cookies. Morgen. Hier ist mein OOTD für die Messe. Heute ist die Olympia. Heute ist der Tag. Der Tag ist heute. Der Tag. Und das ist Tag drei. Tag drei. Und so langsam bin ich komplett krank. Wir sind jetzt beim Frühstück. Jetzt war es amerikanisch fettig. Also für Amerikaner ist das bestimmt richtig, richtig geil hier. Was essen wir noch zum Frühstück? Würstchen? Also Bacon, Würstchen, so. Also es hat mit normalem Frühstück eigentlich nicht viel zu tun. Greek yogurt Parfait. Greek yogurt Parfait? Si. Alright. Avocado Toast. Thank you so much. Thank you. Yummy. Yippie yay yay. Wir sind noch ganz dringend zu Starbucks, hat Laura gesagt. Echt? Ja. Moin, Benni. Moin, Zen. Benni, this is yours. Thank you, darling. Coo-Fourcay. The Miracle Bear. URGH. Cheeeee! Chris, Bumpstead. Wir haben schon gesagt, dass der Erste und der Zweite, der Dino hat es schon gut gemacht. Ja, ist auf jeden Fall knapper geworden als letztes Jahr, muss man sagen. Machen wir uns jetzt auf zu den Finals. Wie nervös bist du? Das ist der finale Tanz. Was ist deine Prediction für heute? Eins, Sibam. Zwei, Ramon. Drei, Terence. Vier, Urs. Fünf, Rian. Sibam hat noch so das gewisse Extra. Ja, Sibam hat einfach so diese Struktur und das ist schon crazy. Was ich schon gesagt habe, die Kühen, das wird es gleich. Das würde ich auch so freuen. Von Bodybuilding-Veranstaltungen, was ich am schönsten finde, sind halt einfach die Kühen. Du aber auch, ne? Ja. Also das ist echt immer so das Ästhetischste. Jetzt kurz vor der Location ist Hash leider heute absolutes Filmverbot, aber wir versuchen euch natürlich ein bisschen mit dem Handy mitzunehmen. Das ist ein bisschen unauffälliger als die fette Kamera, deswegen aber ich bleibe euch dann jetzt hier die Aufnahmen ein, falls das geklappt. Falls ich ermahnt wurde, dann seht ihr vielleicht das Ende nicht mehr, aber ich gebe mein Bestes. See you. Ich weiß nicht warum und womit wir das verdient haben, aber ESN hat uns einfach Plätze in der, wir sind in Reihe 5. Tag, da wo meinst du? Komm, keine Ahnung. Und dann? Ah, ha. 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 Das tiếng- variety ist Specifically climbing seperaten in Europa Plan. Tai healing ist Angfaท. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 Hallo. Eine Pommie? Pommie. Und? Lassen wir uns jetzt schmecken. Wow. Die Pommies sehen witzig aus, ne? Mh, auch probieren. War dirty, aber ganz gut, ne? Ja, ich wollte noch so ein Shake bestellen, aber Tobi hat gesagt, das kriege ich Bauchschmerzen. Und ja, das stimmt. Was geht ab, Leute. Was ist dein Recap vom Tag gestern bei der Olympia? War richtig crazy, ne? Wir sind gerade auf dem Weg in die Universal Studios und wir sind gestern nach der Veranstaltung, was haben wir gestern nach, wir waren noch bei Shake Shack, ach, das habt ihr ja gesehen, dass wir noch bei Shake Shack waren, haben wir noch was gegessen und dann sind wir auch tot ins Bett gefallen. Ich muss echt sagen, ich war von der Veranstaltung wirklich begeistert, also die Olympia, die offizielle Olympia ist wirklich ein richtig krasser Wettkampf, muss ich wirklich sagen. Und ich habe auch zu Tobi gestern gesagt, wenn man da einmal war und sich dann sagt, boah, mein Traum ist es einmal auf der Olympia Bühne zu stehen, ich kann das nachvollziehen, weil das ist schon ein echt sehr, sehr geiles Event. Ich war echt erstaunt, dass Svenja so begeistert war. War echt cool. Und der Samsung, wie hieß der Samsung? Samson Dauder. Svenja hat gesagt, sie hätte den gewinnen lassen, weil sie hat Angst vor dem. Ich habe ein bisschen Angst vor dem gehabt, sage ich wie es ist. Ich bin jedenfalls ein bisschen angekränkelt, aber wir sind nur einmal in Amerika. Deswegen gehen wir jetzt zusammen in die Universal Studios mit dem ESN Team. Auf geht's Universal Studios. Auf geht's. Yippie. Ich habe keine Angst vor Achterbahn, sag ich einfach mal, wie es ist. Ich habe nur Angst vor meiner Verlobten. Probier, da sehe ich uns. Boah, muss jetzt nicht sein mit Looping und so. Ich glaube, ich muss mich wie der Mann da mal hinlegen. Mir geht's gut. Jetzt fahren wir mit Popeyes Paradise. Junge, mein T-Shirt ist komplett durchsichtig. Und Jeans. Ist komplett nass. Ich gehe wirklich nicht drauf. Du denkst, ich bin Loser. Die hat mir besser gefallen als die erste, wo wir drauf waren, weil man da nicht diese Kopfstützen hatte. Mein Top 20. Der krassesten hier auf der Welt. Also die war echt richtig, richtig cool. Fandest du den Park? Schön war's, wirklich. Im Vergleich zu Disney World auf jeden Fall viel geiler. Yummy. Lecker. Benni macht jetzt den Burger-Test. Jetzt zählt's. 1 pro 10. Das ist schon richtig gut. Richtig, richtig gut. Wowie. Und was sagst du? Lecker. Ich würde sagen 9 von 10. 9 von 10? Was hast du gegeben? 6 von 10. Echt? Die Mikronährstoffdichte ist wahrscheinlich... Endlich wieder zu Hause. Die Woche war wirklich so crazy. Wir haben so viel erlebt. Wir hatten eigentlich gar keine Zeit durchzuatmen und überhaupt Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist. Also an der Stelle wirklich nochmal tausend, tausend, tausend Dank an ESM für diesen krassen Trip. Wir waren wirklich eine richtig coole Truppe. Und ich weiß das so krass wertzuschätzen, dass man sich mit den Leuten, mit denen man irgendwo auch zusammenarbeitet, sich einfach auf einer freundschaftlichen Ebene versteht. Deswegen nochmal Danke an alle und Grüße. Am vorletzten Tag waren wir sogar noch bei einem Basketballspiel der NBA. Das war wirklich richtig cool. Und das ist sowas, da wäre ich persönlich niemals drauf gekommen, weil ich mich eigentlich gar nicht für Basketball interessiere, immer mal zu besuchen. Aber es war mit eines der coolsten Erlebnisse. Wir müssen jetzt erstmal wieder ankommen. Wir sind beide ein bisschen angekränkelt. Und ja, deswegen müssen wir jetzt erstmal wieder gesund werden. Also hören wir uns jetzt wahrscheinlich im nächsten Video wieder. So, dahin sag ich mal, macht es gut, schwingt es gut.